Ich mach' mich beide auf und ich krieg' dann 100er von mir. Hä? Ist das was? Ah! Das war ein Witz. 200? Ne? 300? Mehr hab' ich nicht. Ohne aufzusehen sogar. Hilfe! Ihr müsst schon sagen, was ihr wollt, gell? Dafür werd' ich auch gucken lassen! Ihr gesetzlosen Boss hier! Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Denkst du an der Jösef? Du hast doch wohl schreckst gern, oder? Das Silber ist mir grau, die Sonne scheint mir fahr'n, beim Gold fehlt mir der Schimmer, mein Herz schmerzt immer schlimmer. Emily! Emily? Was? Eine haare Weiber? Es waren mindestens 20 wilde Weiber, unterwaffnet bis an die Zähne. Und diese Fickkurze von Emily, Entschuldigung die Frau, ihre Tochter, das ist die Anführerin von denen. Und die Tritzi war auch dabei und die haben mir alles abgenommen. Und ihre schöne Kutsche haben sie auch in Brand gesetzt. Das Gute ist... Die ist auch da! Das darf doch nicht wahr sein! Du unterbelichteter, perverser Sabbersack! Du hast die Kontrolle verloren, du intrikanter, perverser Schweinebock! Du hast die Kontrolle verloren, du intrikanter, perverser Schweinebock! Du hast es versaut! Yes! Das wird Konsequenzen haben! Oh! Verfickte Scheißschutz! Meine Tochter! Ihr müsst sie suchen! Extempore! Ja, extempore! Bringt mir diese Gehre! Und das Geld! Und das Geld! Und das Geld! Jawohl! Steckbrief rauslassen! Mindestens 1.000! Wahrscheinlich ein bisschen wenig! Ohne Emily keine Hochzeit! Und ohne Hochzeit kein Geld! Mindestens 2.000! Bremst du? Warum nicht? Was ist denn der Ständer? Nee! Schwach! Mach dich nicht! Aber sie lassen sich für die Verwaltungen zahlen. Mögen. Quick, Schlaf. 1999, 1999! Tritt sie lieber die Haut. Sprang in den Namm und Guschel am Zerkratzen und die Schnuss. Ey, piss mich nicht auf den Verband. Du bist so hysterisch. Du hast Angst. Der geht schon Hunger. Den marsch doch doch! Schammechze! Ja, hängern! Wir haben ja noch zu gut. Vielleicht können wir das in der Nacht irgendwo umtuschen gegen etwas zu essen. Schon wieder hast du versagt, du fetter Idiot! Unterbelichtete, perverser Sabbersack! 38 hat alles versucht. Daumenschrauben, Streckbank, Siedekessel. Aber sie scheinen keine verdammte Ahnung zu haben, wo diese verfluchten Weiber stecken. Und jetzt? Was sollen wir tun? Gepfel! Also Hermann, dann wünsche ich dir, dass der Typ dann einen guten Schlag hat. Und dass er nicht zu lange im Hals umsäbeln muss. Danke Fritz, du hast etwas sehr nettes gesehen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und Kopf hoch! Sag mal, sind wir eigentlich Christen? Ich hoffe schon, warum? Wartet dann im Himmel oben auch 27 Jungfrauen auf uns zum Ficken! Das wäre aber Stress! Sack! Komm wieder, wenn du dich gewaschen hast! Sack! 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 Hey, salut Léfi! Guten Abend, Madame! Moïen! Tu le m'appelles Madame Fleury! Wir möchten gerne etwas essen! Ah, ich gehe mit den Halten, oder? Okay, komm mal mit! Ich hole euch was Trockenes zum Anziehen! Okay, komm mal mit! Ich hole euch was Trockenes zum Anziehen! Und sag mal mit! Und sag mal! Na! Na! Na, du bist los, Herr Peter! Und ist der Bütli! Ja, ja! Ich komme ja schon! Und sag mal mit! 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 Das sind wir auch chliessen! Und sag mal mit! Mit den zwei Millionen machen wir 80 zu 20. Für mich natürlich. Was? Nur 20 für mich? Vergiss es! Ja, ich will mindestens 50. 50? Okay, 45 und ich bin einverstanden.